Bist du schon mal hochgestiegen? Nein. Du hast Angst. Du etwa nicht? Doch. Das ist ein weiter Weg da rauf und wieder runter. Ja, setz dich. Ich hab dir welche mitgebracht. Was ist das der eiserne Thron? Der Kaiserstuhl. Der Kaiserstuhl. Wer hat den gebaut? Irgendein König? Nur die Männer, die hier mal gewohnt haben. Das müssen große Baumeister gewesen sein. Was ist das von Sie, das ist das21-Chul H faux ballot? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020